Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6037 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Sitzung beginnt in Kürze. Es fehlen nur noch zwei Teilnehmer. Die Sitzung beginnt in Kürze. Es fehlen nur noch zwei Teilnehmer. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Dann greifst du deine Füße mit beiden Händen. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Dann greifst du deine Füße mit beiden Händen. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Dann greifst du deine Füße mit beiden Händen. Hundefriseure schneiden die Krallen von Hunden. Hundefriseure schneiden die Krallen von Hunden. Hundefriseure schneiden die Krallen von Hunden. Ich habe den Text dreimal gelesen und verstehe immer noch nicht, worum es geht. Das ist sehr undeutlich formuliert. Ein Eventmanager ist für die Festlegung des Veranstaltungsziels verantwortlich. Ein Eventmanager ist für die Festlegung des Veranstaltungsziels verantwortlich. Zu unserem sonntäglichen Ritual gehört das gemeinsame Frühstück im Bett. Das lassen wir uns nicht nehmen. Zu unserem sonntäglichen Ritual gehört das gemeinsame Frühstück im Bett. Das lassen wir uns nicht nehmen. Zu unserem sonntäglichen Ritual gehört das gemeinsame Frühstück im Bett. Das lassen wir uns nicht nehmen. In der heutigen Geschäftswelt ist es wichtig, flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können. In der heutigen Geschäftswelt ist es wichtig, flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können. Warum gehst du nicht nach Hause? Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Warum gehst du nicht nach Hause? Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Ich muss mir das genauer ansehen. Du wirst nicht mehr Geld haben, indem du mehr Kreditkarten besitzt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gibt es uns aufs